Hier sind die Villen von Mandula. Toll, oder? Ganz toll. Wie gibt es das mit Heilpension oder auch mit All-Inklusiv-Premium? Nein, die haben gar nicht so ein Buffet oder so. Aber man kann es, glaube ich, buchen, weil ich weiß, dass Gäste auch drüben zu uns dann abends aufs Buffet zum Essen kommen. Also dann praktisch hier und essen dann drüben im Salas schon. Oder halt...